Abschließend 30 Sekunden, warum soll man Sie wählen? Weil man, glaube ich, auf einen wesentlichen Beitrag von mir setzen kann. Ich habe ein Standing nach wie vor im Europäischen Parlament, bin dort hervorragend vernetzt und ich glaube, dass es eben wieder wichtig ist, diesen Widerstand gegen Rechtsnationalismus, in Humanität, Hetze, gegen einen neuen Faschismus, nennen wir es beim Wort, wirklich Widerstand zu leisten. Sie werden im Parlament versuchen, Europa und die europäische Einigung zu zerstören. Ich glaube, ich kann einen Beitrag leisten, einen hörbaren, einen deutlichen, einen energischen, einen leidenschaftlichen Widerstand zu leisten. Ich glaube, das kann ich und das werde ich. Das war es für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen und wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es, hinterlasst ein Like oder abonniert unseren Kanal. Danke!